Hi Leute und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal GameArea. Heute spielen wir zum ersten Mal Lily. Also ich habe sie schon mal in Taris wieder gespielt, aber noch nicht so Trophäen pushen. Ja, wir wollen nämlich Piper spielen. Ja, die geben hier an mit ihrer Piper. Da kommen wir mit unserer Piper mit 800. Aber ich glaube, der an Piper ist ein bisschen höher. Also ich glaube, von ihm hier, also das sind ja zweite Account, okay. Ja, okay, die geben hier an mit ihren Surge-Skins. Können wir auch. Also den Paladin, also ne, wie heißt der? Den werde ich mir auch demnächst holen. Surgeen. Ja, auf jeden Fall, wir haben hier auch noch... Ich will nicht ins Quest, was mache ich denn? Hier. Wir haben auch noch hier Startups, die werde ich aufsparen bis zum Ende der Season dann beantworten. Dann machen wir die mit einmal. Ja, wir wollen Lily spielen, genau. Tät natürlich auf Rane 27. Ja, wir gehen mal rein, ich tue mal. Nein, wir spielen den nicht auf 800er Höhe. So. Das stimmt mit Monster, ey, du pushtag. Ja, ich hatte dann am letzten Tag wirklich alle Mutationen und als letztes Piper-Mutationen. Junge, was soll ich denn am letzten Tag machen? Es war keine Map für Piper dran, die gut war. Habe ich mir auch gedacht, was ist das für ein Müll? Das hat ein Problem, weil die Map ist sehr offen. Ich denke, ich bin nicht so gut mit, ähm, Dings. Ich muss jetzt einfach hoffen, dass ich hier in den Busch kann. So. Ich will jetzt auch nicht meine Gelders rasten. Ich kann halt nicht, äh... So. Ja. Easy win. Wir haben auch wenigstens ein paar Mates, die was können. Sind auch beide aus meiner Klasse. Genau. Ja, ich will nicht wieder so eine Langweite ran gehen, sondern dieser mit ein bisschen mehr Optimismus, sag ich. So, genau. Da sind die Täter. So. Deswegen, ihr könnt gerne auch ein Like auf dieses Video da lassen, wenn es euch gefällt. Ich fand, äh, es kam jetzt auch ein Video auf dem Kanal GamerZone immer wieder. Da kommt halt alle ein oder zwei Wochen was. Je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe. Ihr zaffst halt nicht, die zu killen. Was soll ich machen? Ich hoffe, jetzt holen wir die. Ich habe auch mal ein Ulti, das ist gut. Stark, verkackt. Ich hätte meine Ultis rücken können. Naja, Alter. So. Genau. Ja, wir haben bald die Wiedergabschlungs. Ich glaube, es fehlen nur noch 600. Und das sind halt nicht immer aktuell immer 5 Tage zurück. Da ist halt der Stream dann nicht immer dabei. Deswegen, ich glaube, uns fehlen nur noch so 500, äh, nee, das ist ein bisschen, nicht 500. Ich glaube, doch so 520 Wiedergabschlung. Dann können wir Mitgliedschaften machen. Ja. Super, sehr, 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 sehr. Scheiße, nicht besonders. Wir können jetzt auch wieder in unseren Club. Ich musste heute schon ein Ticken, weil zwei haben wir auch verlassen. Also, auszusehen war der Bann ausstehend. Wir haben jetzt auch eigentlich ein paar neue Mitglieder. Und damit muss ich auch schon ein Ticken. Wir haben jetzt, also ihr könnt gerne einen Club jetzt kommen. Einfach Anfrage senden. Wenn ihr halt über 20, das aufhineht, kommt ihr rein. Weil jetzt, es gibt so welche, die unter 20, die werden halt erstmal nicht getreten. Und dann wird erhöht auf 25.000 oder so. Mal sehen. Denn wir wollen ja die eine Million knacken. Genau. Wir gucken jetzt mal, wie es jetzt läuft. Ich muss auch auf jeden Fall mal Diamond 1 werden in Ranked. Weil nächste Season hätte ich dann den Run wieder verloren. Deswegen, ich will ja immer Diamond bleiben. Jetzt hätte ich dann nächste Season nur noch Gold. So. Ja, die bleiben immer nur zwei, also die Season, wo man es geschafft hat, und die nächste dann noch. Das ist halt das Problem. Ich will jetzt halt auch nicht meinen Daddl zu raceten. Und nicht in den Fan reinrennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe einfach, er ist hier oben. Ich hoffe einfach, er ist hier oben. Bin dann zum Verrett, aber hab wenigstens mein Mate was Gutes gemacht. Er soll auf Ulti warten und dann reinjumpen, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er so sieht. Denn er soll lieber campen. Jetzt, jetzt würde ich reinspringen, wenn ich ehrlich bin. Also wenn's, äh, gut klappt. Na. Ja, es war vielleicht gar nicht so, so schlecht, dass er nicht draufgesprungen ist. Mal sehen. Wir haben aber noch ein Gadget, deswegen müssen wir jetzt gewinnen. Jetzt hab ich dann leider kein Gadget mehr. Und ich darf jetzt versuchen, es nicht zu benutzen. Aber man sollt, wir wollen ja gewinnen, deswegen, da muss ich es ja benutzen. Ich denke, er ist ungefähr hier. Ja, Treffer. Da. Okay. Also ich find, Lily ist gar nicht mal so schlecht gut. Sind jetzt die ersten Runden, aber wir haben ja nicht mal mehr Bots, sondern echte Gegner. Denn die anderen sind ja auf 500er Lobby. Genau. Es macht auch ein bisschen Bot, äh, nicht gegen Bots am Anfang zu spielen, sondern den richtige Gegner. Ja, weil da kommt man auch ein bisschen ins Gefühl rein. Ich will heute einfach mal Lily austesten, gucken, ist der Brawler gut oder nicht. Genau. Hab heute schon eine Spezie gesoffen, ich weiß. Weil das am Abend durfte ich nicht, weil ich hatte da schon einen Elektronen am Tag. Ja, ich bin ein bisschen speziesüchtig, wenn dann. Ja. Aber gut, das war halt in der Städte und da trin ich halt immer Spezie oder sowas. Oder hausgemachte Limonade, irgendwie sowas. Ich weiß, keine Ahnung. Warum machen die Beine, Ren? Oh, alle Beine. Ich geh rein. Öh, was soll ich machen? Ich bin Stark. Ich war Stark. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nur schießen. Das ist gerade irgendwie rum, oder? Freue ich das? So. Jetzt ist ja die Frage. Nein, 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 das war richtig. Er hätte eher auf den anderen springen sollen. Das wird ein bisschen doof. Naja, wenigstens habe ich eine Ulti jetzt. Genau. Nein, verfehlt. Wie dumm. Oh, es war so wichtig, dass ich abgetaucht bin. Es brenzelt sich in Situation. So. Geil. Okay, und ich habe meine Ulti wieder. Das ist richtig geil. So, jetzt müssen wir gucken, wo sind die Dina? Also ich denke, die kommen wieder ungefähr von dort. Ich seht ja nicht mehr, wo ich hinside. Shit. Wer hat den gerade durch die Dina geschlagen? Das geht aber gar nicht. Ich wurde fett gescammt. Was war das denn? Ja, ich mach null Druck gehen. Was war das für ein Scam? Ich wurde abnormale Scam. Was ist das? Was ist das? Oh, passiert. Ja, es versucht auch auf Kanal GamerSone einmal die Woche oder so ein Video zu printen, wenn ich es schaffe. Oder alle zwei Wochen wieder satt. Werde ich dann auch bei Community posten. Gehen wir rein in die Runde. Halt in dem Video bei GamerSone habe ich erklärt, wie ich das mit der Cam gemacht hatte, ich den Notruf immer so hatte. Weil da hatten so viele gefragt, das musste ich einfach mal klären. Der Spike ist schon down, okay. Einfach nichts mitbekommen, aber jubb. Ich wollte eigentlich den Spike holen, aber jubb. Okay, easy kill, deswegen wollte ich jetzt auch nicht mein Geld zu leisten, sonst wäre ich der easy hinbekommen. Aber wir haben ja gewonnen, deswegen brauchte ich es halt nicht. Deswegen wollte ich erst abwarten. So, was hat eigentlich, äh, den sich dabei gedacht, ihre Ulti hier reinzumachen? Ich hab, ihr Name fällt mir gerade, ich hatte einen da oben. Der Roller, Mandy, Mandy, genau Mandy ist es. Okay, wir haben gewonnen. Aber wenn ich das in der Zeit habe, ist er auch da. So. Einmal rein gehen. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das Video bei euch ankommt. Weil das eine accountbewertende Video kommt mir bei euch richtig an. So, dann wird das nächste Video auch wieder ein accountbewertende Video sein. So, dann könnt ihr gerne mal euren Namen kommentieren. Also euren, ähm, Clubnamen und euren Namen. Ja. Also wenn ihr in meinem Club seid, einfach DA, Club als Abkürzung schreiben gerne. Mit dem ich ausschreiben müsst. Dann weiß ich schon, was gemeint ist. Hm? Er ist gar nicht mehr da, weil es auch durchstorben ist. Ja, aber das hättest du heute sehen, oder? Auto ist stark. Easy win. Ich mach dafür gar nichts. Man kennt's. Einfach durch die Charriere zu werden. Wieder ein Startup. Epic. Da jetzt 200 Münzen. Was will ich mit 200 Münzen? Ja. Also gerne geschäftliche Anfragen an die E-Mail schicken, die hier einmal eingeblendet wird. Genau. Also solltet ihr Interesse am Unternehmen irgendwie zuguckt oder, keine Ahnung. Oder auch die Kinder können gerne ihre Eltern vorschlagen. Sollten die ein Unternehmen haben. Gern Werbeanfragen an. Oder ihr habt einen kleinen YouTube-Kanal, den ich pushen soll. Genau. Da könnt ihr mir dann gerne das einfach schreiben an die E-Mail, die ich, wie gesagt, eingeblendet habe. Gut. Wo kam er her? Oder sie besser gesagt, weil es ist ja eine Sie, Lilly. Ich überleg mir, ob ich den Erdbeest, den mir hole. Naja. Ist schon krasser, aber ich finde es jetzt nicht zu krass, muss ich ehrlich sagen. Ich dämme auch die Landzeit hier. Ja. Geh mir hoch. Okay, win. Okay. Ist gut. Ich muss jetzt halt noch einmal gewinnt, aber zum Glück noch zwei Gehäte. Sieh die Letzterin, deswegen gut inkommissionen alle Rästen. So. Ist nicht schockend. Ist ja richtig dumm von ihm. Ah, naja. Wo ist die Lilly? Okay. Okay, sie war nicht in der Underground World. World. Ja. World. Ja. Ja. Wie man es ausspricht oder nennt. Je nachdem. Genau. Ja. Ja. Also wie du sagst, schreibt gerne auch mal in den Kommentaren, welch, wie lange sollen die Videos sein. Also sollen die eher so 15 Minuten dienen. So ungefähr wie dieses Video hier. Oder länger. Also so 20 Minuten oder eher 10 Minuten. Also ich versuche meine Videos immer zwischen 10 und 15 Minuten zu machen. Mal sind sie auch ein bisschen kürzer, aber ich versuche sie schon so 20 oder 15 Minuten zu machen. Weil ich denke, das ist eine gute Anguckszeit. Ist nicht zu lang. Aber auch nicht zu kurz, weil dann. Und ja, ich brauche wie gesagt wieder eine Stunde. Das wäre jetzt doof, weil ich irgendwie langsam war. Keine Ahnung. Oh. Sieht aber gut aus. Wenn ich ehrlich bin. Einmal easy geworden. Ich hätte aber auch mal ein D-Jutsch drücken können. Da habe ich ein bisschen nicht nachgedacht. Manchmal muss ich mich noch an die neuen D-Jutsch gewöhnen oder so. Oder D-Jutsch und so. Andere gleichzeitig drücken. Genau. Oh, 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 oh. Da muss ein Brawler im Gebüsch sein, genau. Das war aber richtig sneaky. Oh, gerade so. So glücklich war da hinten niemand. Da hin. So. Ich würde nämlich immer diesen finden. Deswegen muss ich da immer einen neuen ausrüsten, weil sonst nehme ich immer denselben. Ja. Jetzt hat irgendwer, was war das? Ah, hier einmal. 80 Brawlerpunkte, die ich im Moment gebraucht habe. Da ich letztes Video über, also zu der 6.000 Taub-Punkte ausgeben habe. Das heißt, ich tat 650. Und habe auch 16.000 Münzen ausgeliehen. Richtig krass. Ja. Also nächstes Wissen werde ich mir wahrscheinlich wieder Brawler-Personen. Deswegen gerne ein Abo da lassen. Weil der finanziert sich nicht von alleine. Nee, Spaß. Also könnt ihr gerne machen, wenn ihr Lust habt. Genau. Ich weiß nicht, wo ihr das Video seht, ob wir da schon die 1.100 Abos haben. Aber auf jeden Fall kommt diesen Freitag kein Stream. Äh, da ich im Urlaub bin. Am Freitag. Ja. Nicht wundern, das ist wirklich am Freitag. Also am 24. kein Stream. Ja. Nicht, dass ihr dachtet, das Video ist einfach so lang her, das war Verlernenswochern. Nein, nein. Diesen Stream, äh, diesen, also den 24. Öh. Junge, ich bin, ich laufe immer die in eine Scheißwand. Wie gesagt, da bin ich am Wochenende über die Woche eine Welt. Und dann am 1. Am, ich weiß gar nicht, ob da am Freitag was kommt. Weil es kann sein, dass da abends kommt, aber ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Also jetzt im Juni so wird es halt wenig mit Streams werden, denke ich. Muss ich ehrlich sagen. Aber, ja. Da werde ich auch nochmal genaueres dazu sagen. Ich weiß nur, dass am 24. auf jeden Fall kein Stream kommt. Und dann, am, auf jeden Fall, ab Mitte Juni, also, am 20. bedienen bei mir die Sommerferien. Da bin ich dann an dem Wochenende, also, die bedienen also an einem Donnerstag. Das ist der 20. Also sozusagen, am 21. fahre ich halt in Urlaub. Da bin ich dann halt zwei Wochen weg. Also bis Ende, also ich komme erst wieder Anfang, äh, Juli wieder. Ja, deswegen. Jo. Einfach untertauchen. Da hat man eine Ulti. Was soll ich denn machen? Ist ein bisschen scheiße. Genau. Ja. Genau, da bist du jetzt ein paar Informationen. Und, ja. Das Video hat auch eine gute Länge, finde ich. Und ja, deswegen, und ich habe ein bisschen Lilly gespielt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Video sagt gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Auf Wiedersehen!